Richtiges Verhalten bei Unwetter Schwere Unwetter mit Starkregen und Hochwasser können überall auftreten. Daher ist es wichtig, dass alle Menschen wissen, wie man sich dann am besten verhält. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe stellt hilfreiche Ratgeber für Notsituationen bereit. Die wichtigsten Tipps in Kürze? Bleibt, wenn möglich, zu Hause. Geht nicht in Keller und Tiefgaragen, diese können volllaufen. Es besteht Lebensgefahr. Vorsicht! Im Wasser besteht Stromschlaggefahr durch Kabel und Elektrogeräte. Haltet euch von fließenden Gewässern fern und betretet keine Uferbereiche. Befolgt die Anweisungen der Einsatzkräfte. Der Notruf 112 kann überlastet sein. Ruft nur an, wenn es dringend ist. Wenn ihr nicht durchkommt, ruft weiter an. Helft anderen Menschen, ohne euch in Gefahr zu bringen. Haltet zusammen. Bringt euch und andere nicht in Gefahr, nur um etwas zu sehen. Wer sich bei außergewöhnlichen Naturereignissen wie extremen Unwettern oder anderen Notsituationen richtig verhält, kann sich und andere Menschen besser schützen und teilweise Schäden reduzieren. Passt auf euch auf!